Ich bin Jürgen in Parshish Hashavuah. Von dem Passag in Heintiki Seder, wo Ossu Limigdosh, lernt der Rambam in Hilches Beis Apkiri und in Sefer Amitwis, an das Amitwis Sesse, wo es Ongesog geworden ist, wo in der Beis Amitwis. Und in dem soll sein Akrovis Akorbonis, und alle Regeln mit allen Prativen. Und der Rambam lernt in Sefer Amitwis, an der Klau, wo Ossu Limigdosh, an der Klau, was er ist der Klau Asachminim, die Meneren, der Schuchen, der Mizbeach, an die alle Sachen, sein Akklau, der Klau von dem Mishka, von dem Migdosh. Und sie werden alle Onger auf dem Migdosh. Und der Passag ischamiyach, dem Zivu, ich beholl Klau für Klau. Also wie ist es der Rambam? Es ist eine andere Werte, an der Rambam nehmt dann, an die alle Prativen, der Mizbeach, mit dem Meneren, die alle Klau im, mit den Schuchen, die alle Klau im, sein Nischkin Prativen, die mit dem Mizbeach, mit der Zadatzmein, dass das Akklau, das Werk nicht mehr, und der Mizbeach, der Mizbeach ist von Biniin, in Beisamigdosh. Also er lernt der Rambam, der Rambam, bei Kriegtefen, in Sefer Amitwis, und er sagt, als Loi Huchscherbeine, der Tamm, hat die alle Prativen, die alle Klau, sein Achedig von dem Migdosh, wo aber der Rambam teilnet, hat die Kedim, sein Nischkichelig von Biniin, und er ist in unserer Mizbeach, das ist nicht Möchschelig, wenn die andere. Und der Fall sagt er, als er siehens, ohren und kapere es, ist der Werk der Rambam, in Dosa Mizbech, in Biniin, der Schuchen und der Menere, für die Rache, sagt, Nischfara Mizbech, Bifiniin, in Dosa Mischkichelig, von Beisamigdosh, nischkichelig von Migdosh, und der Tamba ist auch nicht, wo man die Meneide hat Gute schreibt. So sieh mit unserem Mannンネル und auch zu dem Menschen, dass sie ein Häusch haben. So sieh mit der Akrohbe und der Korbons und der Schulchann, die hier zu meinem Buch kommen, wenn man sich das nicht hin czyt seinen Job in der Neuan, aber wenn man an der Raman sagt, dass der Raman noch der Raman nach vorne ist, dann kam es schon wieder an der Raman. Warum. Und der Raman hier ist es, die Ramein und der Raman sind alle Praten, Der Schulcher mit Menere, mit dem Esbeches, sei nach Helik von dem Migdash. Der Pfad ist, gehen sie alle zahrein in ein Mitzwesesse, die Mitzwes von Asyls haben Migdash, was so die Migdash? Was hängt? Letztendlich, Ramban, in das besondere Pratim, der Schulcher mit dem Menere, mit dem Esbeches, sei nicht geheimlich von dem Migdash, das ist eine besondere Union. Und das ist eine Sauer, die Menschen mit dem Zag, die sich mit dem Migdash, und die Menschen mit dem werden, aber die Gelegenheit, was Lauf. Und das ist nicht ein Guterres, wo sie mit dem Migdash, was sie nicht geheimlich von dem Migdash. Und das ist ein Guterres, was zu sehen, wie sie mit dem Gelegenheit, was sie schept. Mischaf, die Mitzwes von Asylger und Ramban, die Tatschisten, die sagten, was sie von dem Migdash, was sieischte, was sie schon zur ihrer Gelegenheit, Und das ist die Menehre, die Shulchanan ist weg. Und das ist auch ein Teil vom Mikdush und auch zwei Tungen vom Mikdush. Und der Rambam ist, dass er schon wieder auf jeden Teil vom Mikdush ist. Und die Teile schon mit dem Jachat gewählt. Er ist auf jeden Teil vom Mikdush. Und ich verstehe, dass er auch wieder Rambam sagt, dass er alle mit dem Mikdush ist und alles mit dem Mikdush ist und alles mit dem Mikdush ist. Und auf jeden Fall, der Rambam sagt das, dass er immer der Ziv in die ganzen 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 Menschen gezogen hat und die ganzen Menschen. Und das ist eine Art von Matsch altz. Es ist ein Teil vom Mikdush. Und alle die Menschen, die sie die Zunderschmacht sagen. Aber die Zunderschmacht ist sie. Und wir sind die Ziv in der ganzen 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 tue Menschen. Und das ist doch eine Art von der Schlechung für etwas Alles, was er sagt der Rambam im Riesbringer. Und das ist nicht mit ihr, mit ihr. Es hat doch aber gesagt, sie behächtigt zu sagen, wie der Rambam sagte, dass sie in Klau von der Mitte ist. Sie sagte alle, dass das Aussehen nicht mehr wird. In Klau von Wurzeln im Migdus. Ich glaube, ich habe auch nicht verstanden. Was geht zu? Was ist auf die Mühne? Oder die ist so verstanden? Was ist das da? Auf die Mühne in der Lache? Und der Rambam geht zu und ich weiß, dass sie nicht mehr sind. Ich bekomme ein Geheimnis. Was geht es zu in der Wandern? Und was geht es zu in der Lache? Und wie gesagt, es ist doch noch eine gute Grasmona verkehrt. Das ist noch eine gute Sache, was der Rambda Miladis bringt. Und was ist er denn mitmessig, von was geht es zu in Abanasein? Das Ausverstehen behägt dem, was mich glaubt, gefühlt mir als eine Sache glaubt. Was stellt sich zusammen. Von Protien, von gewisse Protien, können drauf sein, kann man, wie kann man davon. Und wie kohle ist, ist doch nur auf drei Fahnen. Und du, aber du weißt, dass wir mit dem Motel, was vor der Sichlis. Was in der Sichlis, was vor der Sichlis ist, ist, gibt es, stellt sich zusammen, von Kama und Kama Prat. Aber jetzt ist es so, das ganze Teil von der Sichlis, stellt sich zusammen, das ganze Binnen, von Sichlis. In der Sichlis hat sich, die Sichlis hat sich, eine Sache, eine Sache, mit Protien, wo sie stellt sich zusammen. Und noch ist da, eine gute Kohle ist, was brengt Sichlis, durch heute die, alle Protien, durch die Sichlis, was sie existieren, in dem Ingen Kohle, was mir brengt der Sichlis. die Sichlis, bei den Menschen, wo ist die Kohle, was brengt Sichlis. Also die alles, die alles Sichlis, brengt der Sichlis, eine gewisse Kohle, sie führen zu, eine gewisse Kohle. Es kann sein, was sie bei, bei dem Menschen, was lernt, was wird so bei ihm der Herr, bei ihm wird der Herr die Sichlis, die Sichlis, sie verlieren so bei ihm, die Protien, die Protien ist ihm nicht wichtig, er legt nicht in Acht auf die Protien, die Protien seine Mann nicht, die Protien ist ihm nicht in Acht, und das ist brengt Sichlis, an der Kohle, es ist brengt Sichlis, an der Kohle, es ist brengt Sichlis, an der Kohle, und der ganzer Miebna, es ist brengt der Sichlis. Es ist nicht wichtig, die Protien. Es ist einfach. Er tut Sichlis von die Protien, wenn der Herr, bei ihm nicht jeder Pratt, aber er hat Sichlis, an der Kohle, es ist brengt Sichlis, durch die alle Protien, und schafft sich an der Kohle. Das ist ein Nef, wie ich sehe, es kann sein, zugegen, in der Kohle, in der Kohle, und die Protien. Nachher ist kein sein, das weiterzugehen. Aber kein, er in der Kohle, und sagt, Maatje, er stellt sich auf, und drückt sich zu, zu die alle Protien. Jeder Pratt hat mit ihm ach sieben, ein bisschen gehalten, der Sichlis zusammengestalt, von einer Reibe der Protien, durch die Buhi von Sichlis, und sich zusammen von verschiedenen Protien. Kein sein, das ist nicht, also jeder Pratt tut er in der Ruf, und er in der Kohle, und er in der Kohle, und er hat jeder Pratt von Sichlis. Denn noch ist das ein Mann nicht, der durch die viele Protien. Was ist das was in der Schafzwech, was passiert da partout, die Herratschel bebe, und das durch die crott, er hat jeder Pratt, den zu einer ganz sicherheit, und das Schafzwech hat er alles in der Kohle, und ich sage, die alle Prativen. Was legt der Oberach, der was isach misaßek und der was tief zechereien, in dem Indien bei Ende der Herzog und trugt sich zu zu die alle Prativen, was der Seichung vermogt. Nur ist doch, als er zugegeben ist, und beim Dorf Eichheta das von der Seichung bringt er nur die Seichheta du kudekommst. Das ist der zweite Reifung in der Indien von der Wohne Seichung. Nachher kann sein der dritte Reif. Er ist der andere Mensch, die die Leute, die die alles bei der Ruhe sind, die die Kudekommst aus der ganzen Prativen bringt. Er ist nicht so, wie die Zweite Neisse jeinbar Prat nach der Prat, er ist bewegt sich zu die Kudekommst. Aber der Fakett wie geht die Kudekommst in der journalinge, ähnliche Kudekommst zur der ganzen Prativen, und beim Eichheta alles, nur die Kudekommst da sind nicht nach der Kudekommst, nur die Kudekommst da ist nicht nach der Kudekommst In anderen Worten, wo er dritt neufel gehabt hat, Abishasahzer, wo in dem Seichol Einer in der Zuge kommen zu dem Lekode Is jeder Prate beim Logonist Waren du hast mich auch nicht den Ruhig gebracht den Lekode Aber noch nie, wenn es brengt sich den Ruhig in den Kode durch heute die alle Prate, von dem Seichol Is verkehrt, dass jeder Prate hat beim Achshibos Warum durch heute die alle Prate Brengt sich den Ruhig in den Kode alles von dem Seichol In anderen Worten, wo die drei Prate im Karten Mähten er schnäfen Is kaufmann, er hat Brate noch Und er ist nicht zugekommen zu dem Lekode Hat er gar nicht In das Kilo wird noch gar nicht verstanden Warum wo sucht er, der Bishasahzer Gezeichol sucht gefühlt ihm die Lekode Und Bishasah gefühlt die Lekode Und das ist der Ruhig Mähten zweit neufel noch Einer kommt zu seiner Lekode Jede Prate und Prate über eine gewaltige Sache Und er hat ein Bishasah Kommt zu seiner Lekode Schafft er noch ein Ruhig Das ist der Lekode Und er schafft er durch die alle Prate Leiden dritten neufel Und ist da kein Einer Geht zu zu versteht ihm die Lekode Ist doch ein Kilo, wenn er geht zu Und er hat nur Prate Und die Prate sind gar nicht Und er sucht die Lekode Und er hat nur ein Bishasah Und der Lekode Und er hat nur ein Bishasah Aber ein Bishasah Und er hat nur ein Bishasah Was amikok zachtzui in halache, gifid bin in halache, dugmois zu dir di alle Fadern. Die dugme, man geht zu Sury, gifid mir haplugte zwischere Begechnen und Lushlokisch. In Messiechti Jumretz, die 15 Shire ist 10 Minatein oder Mutter Minatein. In Messiechti Jumretz, die 15 Shire ist 10 Minatein, die 15 Shire ist 10 Minatein. Und die 15 Shire ist 10 Minatein und die 15 Shire ist 10 Minatein. in die gro confusing von Schime ch masuk zu בשeln. Und der noche Beras production soll lieu, ist 10 Minatein. Und sie wird ... und die 17 Shire sind 10 Minatin. Was sind die Schweres Apologische mit ihnen? Einer von der Asbore sind drauf, wo er das in Schluckisch was er halt auch der Schirr ist Mutter von der Tere, halt auch der Schirr was der Tere entgegen mit gewissen Anion, es ist nicht, es ist ein der Schilder Schirr, es ist einfach, es ist nicht so. Wenn es schaffst du den Ganzen der Halleis der Jesu, es ist nicht so ein Schirr. Ein der Schilder Schirr ist nicht so ein Schilder Schilder Schilder. In anderen Wetten, die Tere an die Gleick dem Miser nicht auf die alle Cholokken von der Zach, die Tere an die Gleick dem Miser auf die Nukunde Klose. Es ist nicht so ein Nukunde, was schaffst du, von der gewissen Schirr, von der Schirr. Aber die Tere an die Gleick dem Miser. Die Tere an die Gleick dem Miser. Und in dieser Tere an die Gleick dem Miser. ist einer von der Asbore sind und nukunde Klovis von der Zach. ist einer von der Wett. Das ist ein Schilder Schilder. Und das ist ein Schilder Schilder. Und das ist eine Schilder Schilder. Das ist eine Schilder Schilder. Und das ist eine Schilder Schilder. Doch ein bisschen nicht starrt gewohnt. Beweilung ist wieder das, Rebeichel, an die Teile gelegt die Isur, nicht auf den Nukkut klomis von der Zache. Teile gelegt die Isur, was schafft euch an die Dein Ziru von dem Schir. Teile gelegt die Isur auf die Zache, auf den Kamus von der Zache, was ein bisschen geschafft gewohnt, den Nukkut klomis. Norwedeh, das ist Teile, die Gemmashin, ist der Isur, beauffo kazea, mit Muchui, mit Rufmaukos, was schafft euch an die Ingen Klamis, was gelegt die Isur durch die Isur, in andere Wetter, leid die Isur, die Isur in der Zache, der Isur in der Zache, das ist Teile, die Gemmashin in der Teich, aber ich habe es zu wissen, dass die Isur ist auf ein Klamis. Durch ein gewissen Isur, schafft euch ein Klamis in der Zache, der Isur in der Zache, leid ein Klamis, die Gemmashin in der Zache, die Queatschwyn nicht zu stimmen, attraction in der Zache, erstmal auf etwas Nemes Gemmashin… die Gemmashin in der Zache. das ist rechts der Isur. gibt es die Gemmashin in der Zache, isticielem Liegl irm lime die Gemmashinag. Das ist die Gingmashin in der Zache, Die Gemmashin in der Zache. Das ist gescheuert Dürot, der Gemmashin in der Klamis in der Zache, die Gemmashin auf dieser Gemsang Tokyo, any Gemme Lam, auf dieser Gemmashin in der Zache entde Ad Obec. Kommt die Rufe zu euch auf, das ist doch eine Vermögen. Wenn du, wie wir geredet früher, als in Havannes Sichlis, ist da in der Rufe, eine Eiffel ist, was haben wir eine Gehe, die nur kunde Klois, was bringt es Geroeis, durch die alles vor, die liefene Sichli, was schafft auch von die alle Prativen, das ist eben eine Gehe, das ist eine Eiffel, ist eine Schachtung der Mühle, die nur gar nicht doch. Auf der Hoselle das im Schlagisch, eine Schachtung, der Schir, das ist eine Kunde Klois, der Klois, was feste, die es Geroeis, durch die Schir, die nur mit der Schir ist, in der Beklauk und Jesus, das ist doch. Wie das ist, Rebbe Ech, wenn du mir sagst, in der Scher, die Schir, die durch die Schließe, das ist eine Prat und Prat, auf jeden, der Schenig und Schenig von der Schacht. Und wenn du, wie wir gerade früher, im Havannes Sichlis, oder in der Luiste zu verstehen, ist das eine Kunde Klois, die Schachtung des Schacht, das ist doch auch auf jeden, Prat und Prat, der Hört, jeden Prat, von dem Havannes Sichli. Aber was er beschafft, kommt zu ihm drauf. Und er kann glauben, es kommt zu ihm drauf mehr. Also er sagt, er ist ein Schleppchen. Also kommt zu ihm drauf. Also kommt zu ihm drauf mehr davon, das kommt zu. Aschei, da wird es geschafft, er ist ja von Malchus, was ich jetzt gesagt habe. Und dann gibt es die ersten zwei Pfaden in der Halach, mit den Idealen von Isra. Also er sagt, er findet die Dugmöse, das ist eigentlich die Mitzras. Wenn du sagst, du machst die Mitzraszitz, hast du da noch einen Gibbel geholt, und du hast nicht doch den Dugmöse geholt. In der Niedertage sind da früher eine halbe von den Mitzraszitz. Und danach schafft es auch, ich rufe mehr Mitzraszitz durch Dugmöse. Nein! Einer sind da Dugmöse, ich will nicht doch den Dugmöse. Die einen geschaffenen Mitzraszitz, schafft es auch, das gibt es da der Klau von Dugmöse. Und auf jeden Prat und Prat, ich rufe mehr Mitzraszitz. Einer sind da Dugmöse. Einer sind da Dugmöse, ich will nicht die Mitzraszitz geschaffen. Dann, Hann이야 belt, ich finde das Wirkliche Wilde, ich finde die Mitzraszitz, ich finde die Gemüseboth angefangen, und das. Aber halt, Die Nase des Geidels sind in die Mitte von dem Himmel stattfinden, die einer von dem Gesamt, der immer die Gdose auf der Geidelschie auf der Erde waren. Die Geidels sind in die Gemeinden und die Gdose. Und die Geidels sind in die Gemeinden und die Gemeinden von dem Gesamt. Und das ist in der Geidelschie. Wir haben keine Geidelschie. Unter dem ganzen Geidelschie ins Geidelschie. Aber wir können alles nicht in der Geidelschie. Was ist in der Geidelschie? Wo sind die Geidelschie. Wenn sie hier mit dem Geschenk ist, ist es schweig, um sie zu leisen aus Israel. Ich als eine Zeile, was sie tun, was sie hier durch uns zu leisen, ist es ein Zeile. dieser ist ja der Sprache und Sprache. Ich lerne Sprache und Sprache es ist ja der Sprache und Sprache die Sprache, die sie zu leisen aus seinem Leben zu leben und sie wird dem Klo. Aber es tut uns auf die anderen Sprachen. Jender nicht hat sich Gduschen, aber noch kommt ein Drauf zu. Die Ideen von Aminien kommt ein Drauf, aber Gduschen ist einfach, nur hat sie von Aminien, wie gesagt, was sie mit Gduschen. Aber durch diese, ich finde, die Dugma, die dritten ist, aber ich beginne, dass jeder Sprache, die Sprache, die Sprache, die alle Sprachen bringen. Aber bei allen, was er hat in die Kunde ist verkehrt, jeder prate in den Mazzach. Aber was jeder prate in den Mazzach? Tak, weil jeder prate, bringt alle diese Kunde, wie man das in die Lange findet. Und das gefunden wird, dass man mit den Dugma, die 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 Dugma. Alle sie ist Verilyn, dielegt waren mit qevern, da die Dugma, die Dugma. Aber, was There, was do Dugma, alle sie ist? The Dugma, die Dugma, die Dugma, den Dugma, die Dudieren, die Dugma, die Dugma. Es ist noch skell, welche Schör benötig sind von der Ruhe und, wir lassen schon elf, nett sein kannst. Also die Himm牙 im rahat. Aber die Dresse hab ich verls. Ich sagte doch ... Ich sagte doch, dass alle die Sachen bekommen, wenn sie ein Klau von der Klau sind. Und noch, ich sage es ... Also, ich sage das ... ist man schafft während der Nacht, und ist jender Prat und Prat, ist eineinige Befreiheit, wenn man sagt Gitaro ist im Klau. Es ist ein Begumus, ein Begumus, für die alle drei Fälle, die ich habe, die ich lerne, 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 die ich lerne. Aber es ist so Wir wissen, was sie alle, die Männer, mit den Schuchen, mit Mizbeach, mit, mit, mit mit die Chandoni, mit der Mischke, mit dem Mischke und dem Mischke, und mit der Schalein, schafft sie auch ein Indien-Kuoli. Und du sagst, dass wir keine Mitzvah, die Mitzvah, die Mitzvah, die Mitzvah, die Mitzvah. Andere sind gar nicht hier. Das ist nicht einfach, was wir kennenlernen. Und du, wenn wir gerade frei sind, haben wir Gimmel-Chutim, und alle sind Chutim, und das ist nicht zuhaubemitzvah. Einer von dem Mitzvah sind gar nicht hier. Die Mitzvah sind gar nicht porte Apple-istahend. Aber eben nicht alles stand und der Kernte nirrig ist das Gott. Eine ganze Aume, wir sind das Gott-istisch für Gimmel-Chutim. Ungefühl für die Mitzvah. Oder in正lich für Alexander Bab Examiner gab es mit seinem Ronch. Herőtt ist ein Mensch! Ich wünsche ihnen hier ein Mensch! Er hat sich angliessen nach делать Ehren, die Mitzvah 찾아 Frank-istahelinekirfenen betitul itemaar betitul contacted Dembjahn. if it happens, wenn du echte keine Kluge est du hast keine Kluge aber jenes der Prat nicht ach Schimmel und die diese jenes Prat nicht mehr das ist nicht ein Träf das ist nicht ein Träf das muss ich nicht ein Träf nicht Die dritte Reis muss man kennenlernen. Es ist mit der Zeit, dass man so, wenn man das mit der Reis trifft. Wenn man die Kuh ist, dann ist die Nukunde Kläu, was schafft es auch durch die Kähne mit Mischken zusammen. Und in Bauderberg, das ist so, wenn man das nicht schafft, die Nukunde Kläu. Da ist ein Hohmann mit einem Einer und da ist ein Hohmann mit einem Schrauch und da ist ein Hohmann mit einem Bege. Und da ist ein Hohmann mit einem Prat. Es geht leichter von sich und daran Es ist dagegen auch ... als Video zu sagen, dass ihr in irgendetwas konntiert? Aber es geht darum, die Jungs zu und ich zum Beispiel, da ist der терintet, die Jungs zu all den Jungs über die Jungs wo die Schöne stehen. Und so ist ja auch etwas, die Jungs zu haben, die vier jäuze und die besten Schmerzen auf. Aber der Dien ist wie, das Reise sagt, der Verschleuk der Jungs bespielte, durch die Jungs der Jungs. Und in diesem Jahr, Aber wir machten die alle kennen, dem Menere, dem Schulchen, dem Sbeach, dem Orden, die alle kennen, das machen Lichmo. Also erinnert es, es ist scheinlich drauf hier ist, wo darf man trachten, wo ist der Lichmo, aber ich weiß, wie machte ich kennen. Es ist eh mal, wie soll er sein. Eh mal, wie soll er sein, als ich kennen ihn, sein Kibizisten, ich bin auf die Hatsache. Denn wenn ich ein Sprach und Sprach habe, kann ich ihn auf die Hatsache, denn dann ist es das, was er sagt, was er ist, was er sagt, was er machte ich, was er sagt, was er ist, was er machte ich, was er machte ich von Orden, mit Schulchen? Also nicht, ich verirgte ich aus Orden, mit Schulchen, mit Schulchen. Es ist nie das zu Allah, ich will sein, und ich verirgte dich in die Hatsache zu mir. Also nicht, ich verirgte dich nicht aus Isaac, mit Schulchen. Men ich verirgte dich, mit Schulchen. Warum, die alle kennen, und die alle sprechen zusammen, weil sie alle schaffen das mit Gdush' les ameigen, oder wie sagt er, immer mit den Schmau, was da für die Schmau das mit dem Schmau, dann wird es ein shem Gdush' les ameigen. Warum das ist er in der Tat? Es ist nicht so nett, dass die einen Kunde untergehen. Der ist nicht wichtig, wie der Schuldchut, wie die Norden, wie der Bedeina, wie die alle Sachen, aber sie bringen da Ruhe. Es ist gut, und wie sagt er, dass er eine kommode zu lernen. Und es ist ein shem Gdush' les ameigen. Immer wieder zu sagen, wie der 2. Reif, aber er geht durch die Zulmach, noch eihe den Internen, die alle kennen wie HEISAM-Igdash oder ihm Mischka. And stellen sie etwa in die Kudüsse, sie ist einevisiv, sie ist einevisiv oder sie ist eine給essiv oder nicht sie ist eine Kudüsse, sie gibt ja auch die Kudüsse. In dem Zeitpunkt, wenn sie tut passiert und sie nach dem Nachbisanz in Möwe ist, dass sie vorhin Mutter durch den Kudusseund trett. Dezüchter durch den Shem und der Shem Kudusseh und der Shulch. Mein König ist der Verschiebein, das Siem der Verschiebein. Und so das Buch wechselt und ist her, wie der Verschiebein. 興geme清楚, dass er die Einschübein ist, weil der Verschiebein ist. Was bedeutet hier, ist so, wenn man nicht nur das Buch wechselt, dass dieser Verschiebein ist und sich die Verschiebein ist. Es hält ein Schul 영화, das Buch, das Buch wechselt und das Bundesloser. und wieder die Sprache und die Sprache einsetzen. Wenn die Sprache in der Sprache sind, wenn sie alle Sprache sind, wenn sie nicht, wenigstens. Es gibt viele Menschen, aber sie sind zu sehen. Wenn sie nicht mehr 되는, wie sie nicht mehrان. Und das ist ganz genauer. Und sie sind nicht mehr von diesem Sprache. Sie ist deren Sprache da, sondern sie sind nicht mehr der Sprache. Aber sie ist Erin. Das ist mein Lieblings wristband, ein Mann, das ist eine Erhöhung des Geistbottes, und ich sage mir, ich sage, dass ich dies ein Schmakt, dieses Schmakt, das ist ein Schmakt, die sie ein Schmakt, das ist eine Schmakt, und dann schmakt nicht alles ein Schmakt und das Deutsche Sprach. Aber bei diesem, wenn ich das nur sag, Ad der Rabbi versuchte, dass sie eine Schmakt, die Rabbi schmakt, Ich habe es nicht mit dem Wetter. Als die Zwiebel in die Mekdesh, die kennenlernen und sich gesagt, praten und die Schulche mit der Mekdesh. Und das ist alles ein Geheim, aber ich habe es nicht mit dem Wetter. Und ich war jichert. Und ich war jichert, dass Zwiebel nicht mit dem Wetter. Und der Mekdesh war es nicht mit dem Wetter. Aber was eben der Mekdesh, der Mekdesh hat nur gesagt, weil der Mekdesh hat ein Geheim, von dem Wetter, von dem Wetter. Aber es muss sich das Risiko einmal an der Rabe auf den Wetter. Das ist alles nicht mit dem Wetter. Das ist ein Geschenk. Das ist nicht mit dem Wetter, von dem Wetter, von dem Wetter, von der Mekdesh hat eine Sorte. Der Rabe auf die Welt ist nicht der Wetter. Der Taich ist es nur die Es gibt noch etwas mit einem kleinen Glauben. große Berenills gibt noch neun. Auch wir werden hier einen kleinen Glauben, aber einfach mal was das doch wohl... was das doch noch also... was ist das dann zu diesem Glauben, es gibt einen Pratt. Dann geht es nun einmal mit der Google Home. Und jetzt geht es vorhin und in jedem Fall. Wenn das wieder das Glauben ist, was ich mich nicht have, ich habe die Glauben, dass wir uns doch noch zusammen schieben, es gibt einen Pratt und Pratt. Man meint, was sind auf die Mühle zu tun, wie gesagt, früher, eine von denen auf die Mühle zu tun ist. Aber da hat der Rambam, wie bald das nicht wieder einstreffen, aber nur zwei treffen, und wie schasset, tut die Kehle. Was beginnt das, als Jossef, wie gesagt, das sei nicht mehr. Und was hat das mit dem Rambam, dann sei nicht mehr, das sei nicht mehr. Das sei nicht mehr als Heilig, und ich hatte jeden Prats mit Prats als Ingen geschlossen.